Heute geht es nochmal um ein weiteres Update im Fall Geoferim. Eine Expertin hat eine traurige Vermutung zum Geständnis vom Skandalsänger Geoferim. Und ich dachte, das wäre für euch nochmal ganz spannend, nochmal zusätzlich auch das hier zu besprechen. Die letzten Videos kamen immer noch sehr gut bei euch an. Erstmal vielen lieben Dank für das ganze positive Feedback. Ich versuche noch vor Weihnachten die 60.000 zu schaffen. So viele fehlen gar nicht mehr. Ihr würdet mir eine große Freude machen, wenn ihr dranbleibt, denn ich werde nochmal die Wahrheit über Geoferim als Abschluss dieses Themas die nächsten Tage für euch raushauen. Daran arbeite ich schon. Da wird nochmal die Karriere beleuchtet und nochmal aufgezeigt, dass ja so ein gewisses Muster erkennbar ist bei ihm, um es vorsichtig auszudrücken. Aber ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Geben wir jetzt in den Artikel von Watson rein. Also diesmal eine neue Quelle, die wir hier besprechen und auch nochmal durchgehen werden. Und ich bin gespannt auf eure Meinung, was ihr jetzt zu diesen ganzen Punkten in dem Artikel sagen werdet. Gehen wir jetzt in den Artikel von Watson rein. Geoferim-Experte mit trauriger Vermutung nach Lügen-Geständnis. Und der Artikel ist wie immer natürlich unten auch für euch angepinnt und verlinkt. Da könnt ihr gerade nochmal vorbeischauen und ich gehe das Ganze mit euch hier durch. Am sechsten Verhandlungstag kam es zu der überraschenden Wende im Prozess gegen Geoferim. Der Sänger gab vor dem Landgericht Leipzig zu, dass die Antisemitismus-Anschuldigungen gelogen waren. Die Vorwürfe treffend zuräumte er ein. Zu dem Hotelmanager, der als Nebenklinge auftrat, meinte er, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid. Und mehr ist seitdem auch nicht von Geoferim passiert. Damit wurde geklärt, dass die Behauptung in dem Video, dass im Jahr 2021 auf Gilds Instagram-Account hochgeladen wurde, nicht stimmen. Er hatte damals behauptet, dass ein Mitarbeiter des Hotels ihn dazu aufgefordert habe, seine Davidsternkette einzupacken. Erst dann dürfe er einchecken zu fahren. Hätte irgendeiner aus der Ecke ihn bereits darum gebeten. In einem Interview erklärt jetzt eine Promi-Expertin, wie der Vorfall vielleicht hätte verhindert werden können. Und das ist jetzt nicht nur irgendeine Promi-Expertin, sonst hätte ich das hier auch nicht vorgetragen, sondern das ist hier schon eine größere Nummer, die auch den Vater kennt. Die Expertin war mit Vater von Geoferim befreundet. Die Promi-Expertin und Ex-bunte Chefin, also das größte Boulevard- und Klatschblatt überhaupt. Das ist dann schon eine andere Nummer, als wenn das jetzt irgendeine hier von Sat.1 und der RTL hier quatscht. Chefin Patrizia Riegel, also auch die Chefin, war eine gute Freundin von Gels Vater Abi Oferim. Der Komponist, ein Weltstar, starb im Jahr 2018. Also den kennen viele von euch, denke ich, auch noch. Sehr bekannt, hat Welthits geschrieben, komponiert und eingesungen. War sehr erfolgreich und das ist halt der Vater von Geo. Riegel gab jetzt im Gespräch mit RTL an, dass vielleicht alles nie passiert wäre, wenn Abi Oferim noch leben würde. Gut, das ist jetzt die Frage. Aber klar, könnte es natürlich möglich sein, dass er seinem Sohn dann geraten hätte, Mensch, bevor das hier vor Gericht geht, sagt die Wahrheit, Junge, das ist nicht gut, was du hier machst. Sie sagte dem Sender ehrlich gesagt, früher war sein Vater immer da und hat alles geklärt, was im Leben von Gil irgendwie problematisch war. Er hat die Regie geführt im Leben seines Sohnes. Das kann natürlich sowohl belastend, aber auch befreiend sein. Wenn das jetzt wirklich der Berater im Hintergrund ist, der sich kümmert, dann ist das natürlich eigentlich eine gute Sache. Wenn der allerdings so viel Macht rausnimmt und seinen Sohn überhaupt keine Entscheidung treffen lässt, ist es natürlich auch schwierig. Andererseits, wenn dann sowas bei rumkommt wie bei Gil zuletzt, ist es vielleicht auch besser, wenn da jemand drauf aufpasst. Auch im Erwachsenenalter, wenn der Mann dann schon die 40 überschritten hat. Die Aufnahme von Abi und Geo für Riemen stand im Jahr 2003, also schon ein älteres Bild. Das war auch so ein bisschen die Zeit, wo Gil noch bekannter war. Ich würde sagen, Geo für Riemen hatte seine Phase Ende der 90er, von 97 bis 99, hatte er eigentlich so seine Phase, wo ihn auch einige von euch noch kennen, als Bravo-Sternchen. Aber die ganz große Nummer war in Deutschland nie, wie gesagt. In Asien dagegen hat er einige Goldene und Platinschallplatten erreichen können. Dann geht es ja weiter. Zudem merkte Rieke an und offenbar war da kein vernünftiger Mensch, der ihn mal geschüttelt und gesagt hat, du, ich hab dich lieb, du bist ein super Typ, aber jetzt hör mir mit dieser Nummer auf. Ob sich der Künstler rehabilitieren kann? Sie findet ja. Ich bin immer der Meinung, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat, aber er muss beweisen, dass es ihm wirklich leid tut. Und ich würde sagen, momentan würde ich ihm das nicht gönnen, dass er jetzt nochmal durch alle Interviews und Talkshows dieses Landes tingeln darf und sich entschuldigen darf. Das sollte ihm wirklich auch mal ein, zwei, drei Jahre Buße tun und dann kann er meinetwegen wieder sich rehabilitieren. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, ein Leben lang Menschen zu canceln, aber keine Ahnung, irgendwie hinterlässt das alles einen faden Beigeschmack bei ihm. Dann geht es hier weiter. Mit Blick auf Gates-Verhalten meinte sie, das, was sich vor Gerichte eignet hat, ist furchtbar. Das ist so ein Fremdschämen. Dennoch wollte sie für eine Lanze brechen. Die Experte erklärte, dass sie eine mögliche Erklärung für die Geschehnisse habe. Das ist ein Junge, der eigentlich in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen ist, sagte sie, der heute 41-Jährige sei in einer chaotischen Umgebung groß geworden. Naja, das finde ich wiederum schwierig und deswegen auch der Titel, merkwürdige Begründungen für sein Verhalten hier zu finden. Wie gesagt, wir alle haben unsere Traumata aus der Kindheit oder auch Dinge vielleicht mal erlebt, das rechtfertigt aber nicht, ein Arschloch zu werden. Das ist jetzt so meine These. Einst war ein gefeierter Star, in Asien schon, hier so mittelmäßig. Er wurde selbst in jungen Jahren zum gefeierten Teenie-Star. Was macht das mit so einem jungen Mann, der nicht gerade in einer gefestigten Umgebung aufwächst? Klar kann man das immer hinterfragen, ob der Erfolg dann vielleicht zu früh kam. fragte Rieke, irgendwann habe er drüber und der Erfolg rund um seine Person schließlich nachgelassen. Sie gab an, dass Gabe womöglich an jedem Tag im Jahr 2021, als er die antisemitischen Vorwürfe erhob, einen Breakdown gehabt haben könnte. Das sind jetzt auch Spekulationen, die ich sehr merkwürdig finde. Das kennen doch die meisten Menschen, dass sie mal Situationen gibt, in denen man einfach durchdreht. Ja, dann gut. Hier Gil bei GZSZ, Ende der 90er. Kennen hier einige noch. Da habe ich das sogar auch noch geguckt. Die kennen hier sogar auch alle noch, die ganzen Damen. Ich habe die ganzen Namen vergessen. Hier Alexandra ... Nina Bott und die anderen beiden. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber ja, das waren die Stars meiner Jugend und Kindheit. Und weiter. Aber die meisten Menschen drehen durch und dann nimmt nur die nähere Umgebung davon Notiz, dass sein Video viral ging und er dafür viel Unterstützung bekommen habe, könnte sich für ihn gut angefühlt haben. Plötzlich wird er geliebt. Plötzlich sagen alle, wir stehen hinter dir. Ja, das hat ihm vielleicht gefehlt. Ja, aber das ist ja kein Grund, rumzulügen. Also das jetzt zu sagen, oh, der hat jetzt vielleicht auch eine schwierige Kindheit gehabt. Ja, der ist mit Millionen groß geworden und hat ja relativ schnell dadurch, durch seinen Papa da einen Plattenvertrag, wo andere wahrscheinlich nicht so schnell so viel Aufmerksamkeit bekommen hätten, ist dann auch irgendwie ein bisschen billig, die Ausrede. Aber das war es auch schon mit dem Artikel. Wie gesagt, fand ich es nochmal ganz interessant, das hier mit euch durchzugehen. Und ich finde es schwierig, die Äußerungen von der Dame. Und, ähm, nun gut. Mein Fazit zu dem Ganzen, egal wie die Kindheit oder die Jugend von einer Person war, es gibt keinen Grund dafür, im Erwachsenenalter ein Arschloch zu werden oder zu sein. Ja, das sollte man der bunte Chefin auch erklären. Klar kann man sich einige Dinge erklären und vielleicht eine Sympathie dadurch aufbauen, indem man Empathie zeigt und sagt, Mensch, der hat es auch nicht so einfach. Ja, oder der Vater ist vor ein paar Jahren verstorben. Vielleicht ist er in einem Breakdown gewesen zu dem Zeitpunkt. Das kann ja alles sein. Ja, aber mein Vater ist auch 2014 gestorben. Und ich mache ja auch meine Videos und mache Kritik-Videos und muss mich auch für Kritik, ja, die bei meiner Person geäußert wird, ja, auch rechtfertigen. Von daher sehe ich das schon ein bisschen schwieriger, die ganzen Äußerungen. Aber nun gut, das sind jetzt ihre Punkte und ich fand es nochmal ganz spannend mit euch, diese ganzen Dinge durchzugehen. Wie seht ihr das ganze Thema? Ich bleibe natürlich weiterhin dran, wenn ihr noch weitere Videos dazu haben wollt. Wie gesagt, ich sehe es ja an den Klicks. Mich soll es nicht stören. Es gibt hunderte Artikel, die man diskutieren kann und es wird natürlich auch die Wahrheit über Geoferim die nächsten Tage dann geben. Vielleicht schon am Sonntag, vielleicht aber auch erst nächste Woche. Mal sehen, wie jetzt eure Wünsche auch in den Kommentaren sind. Und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Folgt mir gerne überall. Ich bin bei Instagram und Twitter sehr aktiv. Oder lasst ein kostenloses Abo da, wenn euch das Video hier gefallen hat. Und bleibt sachlich bitte und beleidigt niemanden. Auch gehe nicht. Das soll es dann für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.